Hallo und herzlich Willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hain und in der heutigen Folge geht es um die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, auch als Borderline-Störung bekannt. Im Laufe der Folge werde ich darüber sprechen, was ich glaube, was die Seelenaufgabe hinter einer Borderline-Störung ist. Ich gehe ein bisschen darauf ein, was man alles tun kann, um diese Störung zu überwinden. Dann beschreibe ich mit eigenen Worten, wie sich das anfühlt, diese Störung zu haben. Und das Wichtigste in dieser Folge ist eigentlich, dass ich dir die Hoffnung geben möchte, dass du nicht mit dieser Störung leben musst, sondern dass du selber das in der Hand hast, diese Störung loszulassen und dich zu heilen. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Was ist denn eigentlich eine Störung? Eine Störung ist etwas, das nicht in ein vorgegebenes System passt. Man könnte es auch als Fehler im System bezeichnen. Und das ist eben auch wieder ein Grund dafür, dass ich heute Diagnosen skeptisch gegenüberstehe. Vor allem, wenn es sich um Diagnosen für psychische Krankheiten handelt. Das Problem an Diagnosen ist eben, dass wir uns ganz schnell dann mit dieser entsprechenden Diagnose eben identifizieren. Also, wir sehen das gar nicht mehr als etwas, das wir haben, sondern wir sehen das als etwas, das wir sind. Und stecken uns selber in eine Schublade, aus der wir nur sehr schwer wieder rauskommen. Deshalb, wenn du die Diagnose bekommen hast oder wenn du einfach dich selber sehr viel mit dem Thema befasst hast und dich da zuordnen kannst, dann würde ich dir heute empfehlen, dich überhaupt nicht mehr damit zu beschäftigen. Als ich damals die Diagnose bekommen habe, war ich im Prinzip sogar ein bisschen erleichtert. Denn eine Diagnose schafft ja auch immer ein bisschen Klarheit. Man weiß überhaupt nicht, was mit einem los ist. Man weiß nur, wie man sich fühlt und dass man sich eben nicht gut fühlt und dass das ganze Leben zerbröselt. Und wenn man dann den Grund dafür kennt, dann gibt es ja einen schon so eine gewisse Sicherheit und Klarheit. Also, ich war damals tatsächlich erleichtert, weil ich dann eben dadurch auf dem Standpunkt war, ich habe eben diese Störung und das ist die Ursache von allem, was in meinem Leben schiefläuft. Aber das ist eben nicht die Ursache, weswegen alles in deinem Leben schiefläuft, sondern das ist das Symptom, also die Wirkung, weshalb alles in deinem Leben schiefläuft. Und ich habe halt dann den Fehler, jetzt sehe ich es als Fehler gemacht, dass ich unglaublich lange und viel im Internet recherchiert habe über diese Krankheit. Ich habe mich total damit identifiziert. Ich habe meine komplette Energie auf diese Recherche gesteckt. Aber du findest ja im Internet oder in Büchern nicht dich. Also du findest ja nur Informationen, die irgendjemand erstellt hat. Aber bei dieser Störung geht es ja um dich. Die Antworten, die du suchst, die sind in dir. Und wenn man sich über diese Diagnose oder über dieses Krankheitsbild im Internet oder wo auch immer schlau macht, dann sucht man die ganze Zeit an der falschen Stelle nach der Lösung. Und was man noch macht, man recherchiert eigentlich die ganze Zeit bezüglich des Problems und nicht bezüglich einer Lösung. Man richtet sozusagen seine komplette Energie auf das Problem, eben auf diese Störung. Und dadurch verstärkt man meiner Meinung nach diese Störung nur. Denn dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, davon entsteht mehr. Das hat auch ganz viel mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun. Über die Wahrnehmung, wie wir die Dinge sehen, habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir mal diese Folge an. Wenn wir unsere Energie die ganze Zeit auf das Problem richten, dann entsteht immer mehr Problem und wir versumpfen direkt in diesem Problem. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Unser Zustand kann erst besser werden, wenn wir damit anfangen, unsere Energie auf die Lösung, auf die Heilung zu richten. Also wenn man sich jetzt die ganze Zeit mit dieser Diagnose befasst, dann richtet man ja seinen Fokus, den man sowieso, wenn man diese Störung hat, nach außen richtet. Wieder nur nach außen. Deshalb würde ich dir heute raten, lass die Diagnose los und lerne dich kennen. Indem du dich zum Beispiel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst. Denn die Antworten, die du suchst, die sind in dir. Und die Lösung des Problems, die findest du, wenn du dich mit dir selber beschäftigst. Also konzentrier dich auf das, was du bist und nicht auf das, was bezüglich dem Krankheitsbild irgendwo steht. Und richte deine Aufmerksamkeit jetzt erstmal komplett auf dich selbst und deine Heilung. Denn Heilung ist auch da möglich. Du wurdest nicht mit einer Persönlichkeitsstörung geboren. Aus irgendwelchen Gründen hat sich diese Störung gebildet und genauso kann sie sich auch wieder zurückbilden. Das ist ja auch dann genau die Aufgabe, die man im Leben hat. Du hast ja nicht ohne Grund diese Störung bekommen. Deine Aufgabe ist jetzt diese Störung wieder loszulassen. Und das ist möglich. Und das ist nicht nur möglich, das ist auch deine Lernerfahrung, die du jetzt machen sollst mit dieser Störung. Dich selber zu heilen, sozusagen wieder entstören und dadurch auch zu wachsen und ganz anders hervorzugehen als Persönlichkeit, als wie du noch vor der Störung warst. Also so kann ich das bei mir persönlich ganz deutlich erkennen. Also du bist kein Fehler im System, du hast eine Aufgabe in diesem System. Und das Universum stellt uns immer nur die Aufgaben, zu deren Bewältigung wir auch fähig sind. Also wenn du diese Störung hast oder dich mit dieser Störung identifizierst, dann kannst du auch diese Störung überwinden und das Gegenteil von der Störung erreichen. Die Aufgabe, die uns das Universum stellt, ist ja immer sozusagen das Leid zu überwinden und dann zum Gegenpol vorzudringen. Also emotionale Instabilität wäre dann emotionale Stabilität. Was ich glaube, was ganz genau hinter dieser Aufgabe von der Borderline-Störung steckt? Darüber spreche ich später. Jetzt ist mir einfach wichtig zu sagen, dass du halt, man denkt ja oft, gerade wenn man eine emotional instabile Störung hat, dass man dem ausgeliefert ist und dass man zu schwach ist, um das zu überwinden. Aber genau das bist du eben nicht. Du bist nicht zu schwach. Du hast unglaubliche Energien in dir, die momentan nur in die falschen Bahnen gelenkt werden. Also guck dir deine Leiden an, ohne in den Leiden zu versumpfen, sondern guck dir an, was für Probleme du im Leben hast. Bei mir waren es zum Beispiel Beziehungsprobleme, Kommunikationsprobleme. Ich war sehr labil. Ich war überfordert von den Gefühlen, die ich in mir hatte. Dazwischen kann ich jetzt eigentlich mal schnell einbauen, wie sich Borderline anfühlt. Vielleicht für Leute, die jetzt da nicht selber darunter leiden. Ich habe mir da mal ein paar Schlagworte aufgeschrieben. Die lese ich jetzt einfach mal kurz vor, damit man ja so einen kleinen Eindruck halt davon bekommt. Also wie fühlt sich emotionale Instabilität an? Also wie schon gesagt, der Fokus ist komplett nach außen gerichtet. Meistens sogar auf eine andere bestimmte Person gerichtet. Von sich weg. Die Energie macht, was sie will. Also die Energie ist verdrängt, verstopft, nicht im gesunden Fluss und auch oft gegen sich selbst gerichtet. Man sieht die Welt meistens in schwarz und weiß. Es gibt nichts dazwischen. Es fühlt sich identitätslos, haltlos, verzweifelt, ausgeliefert an. Man fühlt sich labil, unsicher, wütend, angespannt, nervös, ruhelos, schuldig. Schuld ist auch immer ein ganz großes Thema. Entweder der andere ist schuld oder man selber ist schuld für irgendetwas. Meistens ist so bei mir gewesen, dass zuerst der andere schuld war und ein paar Tage später war ich dann die Schuldige und ich musste mich wieder entschuldigen und um Verzeihung bitten. Es fühlt sich verletzt an, aber auch verletzend. Es ist so sehnsüchtig, so liebesuchend. Man sucht eigentlich so nach dieser Liebe und kann sie nirgendwo finden. Es ist fordernd, kontrollierend, aber auch unkontrolliert. Man möchte oft einen anderen Menschen kontrollieren, aber die Energien sind total unkontrolliert. Es ist explosiv. Es ist einsam, leer, kräftezehrend. Teilweise fühlt es sich an, als würde man verraten werden von der Welt. Es fühlt sich auf jeden Fall auch entwurzelt an, als wäre man nicht ganz, als würde ein Teil von einem fehlen. Es fühlt sich ziellos und orientierungslos an, aber auch idealisierend. Also man kann zum Beispiel einen anderen Menschen in den Himmel hoch idealisieren. Sehnsüchtig habe ich erwähnt. Es fühlt sich auch süchtig, abhängig an, intensiv, extrem, inkonsequent, ängstlich, wenn nicht sogar panisch, widersprüchlich, bestrafend, liebend und hassend. Das sind so die Schlagworte, die ich da mir alle mal zusammengesammelt habe. Aber jetzt habe ich ja gerade noch kurz angeschnitten, dass du dir eben angucken sollst, womit du Probleme hast im Leben und dann den Gegenpol dazu. Also meiner Meinung nach sind die wichtigsten Lernthemen, wenn man eben diese Störung hat, zum einen Urvertrauen. Urvertrauen ins Leben hier auf dieser Erde aufzubauen. Dann Selbstliebe und Liebe im Allgemeinen. Also was ist Liebe eigentlich? Dann ein weiteres Lernthema sind die Gefühle, denn es ist ja genau das, was das Leben so furchtbar macht, wenn man in dieser Störung steckt. Dann Beziehung, natürlich Beziehungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und halt diese Selbstfokussierung. Also das sind die Lernthemen und mit denen sollte man sich befassen. Man kann das alles lernen. Man kann Stabilität lernen, indem man körperliche Übungen macht, die einem Stabilität geben. Man kann Selbstliebe lernen. Man kann lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen. Man kann Beziehungsfähigkeit lernen, Kommunikationsfähigkeit. Das sind alles Themen. Ich würde es wie in der Schule angehen. In der Schule lernt man leider oft viele unnütze Dinge, die einem im Leben jetzt nicht unbedingt weiterbringen. Aber diese Themen, da kann man sich Bücher besorgen, da kann man sich Sachen anhören. Dann kann man eben auch ganz wichtig praktisch üben. Zum Beispiel Stabilität lernt man halt einfach, wenn man irgendwelche körperlichen Übungen macht, die einen halt immer wieder erden. Zum Beispiel Yoga, da muss man sich sehr auf sich und seinen Körper konzentrieren. Von mir aus auch eine Kampfsportart, da muss man auch sich sehr auf sich und seinen Körper konzentrieren. Oder eben auch was Entspannendes wie Meditation oder progressive Muskelentspannung. Irgendwelche Entspannungsübungen. Das sind auch alles Übungen, die erden. Erdung ist überhaupt ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt komme ich eben auch dazu, was eben die Seelenaufgabe hinter dieser Borderline-Störung ist. Ich glaube, wenn man eine Borderline-Störung hat, dann ist man, wenn man vor allem in dieser Störung eben noch ist, immer nicht ganz richtig hier in dieser materiellen Welt. Ein Teil von einem will immer nach oben, ich nenne es einfach mal oben, zu dem höheren Bewusstsein streben. Ich glaube, die Seele sucht sich ja sozusagen dieses Leben aus, um dieses Leben zu erfahren. Und ich glaube, die Seele möchte in diesem Leben die Erfahrung von Vollständigkeit machen. Und mit Vollständigkeit meine ich Körper, Geist, Seele, Emotionen, so diese ganze Einheit. Um diese Vollständigkeit erleben zu können, braucht es eben auch das Gegenstück dazu. Das heißt, unvollständig zu sein. Weil meine Theorie ist, dass unsere Seele zuerst immer genau das Gegenteil von dem erleben muss oder erfahren muss, was es eigentlich erfahren möchte. Denn anders funktioniert das Ganze ja nicht. Das ist ja eben dieses universelle Gesetz der Polarität. Ohne Dunkelheit kann man Licht nicht erfahren. Also es braucht immer diesen Gegenpol. Und Borderline ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil von ganz und vollständig. Es ist ein Ausdruck der Getrenntheit. Und in dieser Getrenntheit ist man eben auch getrennt von dieser allumfassenden Liebe. Und wenn du diese Störung hast, dann kennst du vielleicht auch so diese tiefe Sehnsucht nach Liebe in dir. Also ich habe mir damals immer gewünscht, dass mich doch endlich einmal jemand liebt. Und Borderline ist meiner Meinung nach dieser Kampf gegen das Leben, gegen dieses materielle Leben und die Sehnsucht nach der Liebe. Also zurück zu fließen da, wo man herkommt. Weil man es nicht verstanden hat. Und mit Verstand meine ich jetzt nicht den Verstand, sondern mit allem verstanden hat, dass das Leben jetzt hier vollständig zu leben ist. Und dass dann auch die Liebe wieder fließen kann. Mit einer Borderline-Störung zieht es einen immer so ein bisschen weg von dieser Welt. Man fühlt sich ja auch fremd. Man hat so diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht in sich. In dem Moment weiß man nicht, was das überhaupt für eine Sehnsucht ist. Oft projiziert man diese Sehnsucht auf einen anderen Menschen. Aber im Nachhinein ist mir halt klar geworden, dass es diese Sehnsucht nach dieser tiefen göttlichen Liebe eben ist. Also man strebt eigentlich die ganze Zeit so weg von diesem Leben hier auf der Erde, von dieser Körperlichkeit, weil man denkt, also ich verwende jetzt einfach das Wort denkt, hat aber mit Gedanken nichts zu tun, dass man diese göttliche Liebe halt in dem höheren Bewusstsein findet. Aber man ist ja selber hier, die Göttlichkeit, die ist ja in einem drinnen. Und um die aber zu erleben, braucht es eben diese Vollständigkeit. Also wenn man Seele, Körper, Gefühle, Gedanken, das ist ja alles eine Einheit. Wenn man sozusagen das alles vereint und vollständig geworden ist und dieses Leben auf der Erde eben voll und ganz annehmen kann und eben aufhört sich dagegen zu wehren, weil das ist ja auch immer so ein innerer Kampf, wer in so einer Borderline-Störung steckt. Das ist ja ein krasser Kampf. Also das sind alles Bilder, die ich jetzt hier erzeuge. Das kann man auch alles im übertragenen Sinne sehen, wenn man jetzt nicht daran glaubt, dass die Seele hier irgendeinen Zweck erfüllt. Aber das beschreibt eben so diesen Zustand. Das kann man alles glauben oder eben auch nicht. Es geht halt jetzt hier um dieses Bild, um das einfach mal greifbar zu machen. Und Borderline ist eben dieses, sich aus diesem Leben irgendwie so wegwinden wollen, sich dagegen so zu sträuben. Und oft sind ja auch mit einer Borderline-Störung auch noch andere seelische Probleme in Verbindung. Zum Beispiel eine Essstörung. Ich hatte ja auch über viele Jahre eine Essstörung. Also so dieses Nahrung aufnehmen, das ist ja etwas Erdiges. Dieses Annehmen. Oder es sind ja auch manchmal Süchte in Verbindung damit. Zum Beispiel Alkoholsucht. Dass man sich diesen Alkohol einflößt, um sozusagen sich zu benebeln und wieder sich wegzubeamen von dieser Welt. Also das sind halt alles so Ausdrücke davon, dass man nicht hier sein möchte. Dass man nicht hier ganz dieses Leben voll leben möchte. Und dass man sich in seiner Gesamtheit hier nicht akzeptieren kann mit Körpergefühle. Und gerade diese Gefühle, das ist ja ein unglaublicher Kampf gegen diese Emotionen, die da in einem herrschen, wenn man eine Borderline-Störung hat. Aber genau die Gefühle braucht es ja eben, wenn man das Leben erfahren möchte. Ohne Gefühle kann man ja das Leben überhaupt nicht erfahren. Und das, dass man jetzt eben hier auf diesem Planeten Erde sein Leben lebt, das gilt es eben voll und ganz anzunehmen. Und zwar nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem ganzen Gefühl und mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Sein. Und vollständig kann man nur werden, wenn man sich mit selbst in der Stille auseinandersetzt. Wenn man also nicht mehr vor sich selbst wegläuft, sondern sich dem eigenen Selbst stellt und seine Angst überwindet. Also die Angst, sich dem eigenen Selbst zu stellen. Denn in der Störung ist man ja die ganze Zeit nach außen gerichtet. Man ist ja die ganze Zeit auf der Flucht. Und vor was flieht man denn eigentlich? Man flieht ja vor sich selbst. Also man flieht ja vor diesem eigenen Inneren. Und dem gilt es sich zu stellen. Und dann vereint man sich wieder mit dem Göttlichen, das ja sowieso in einem drinnen ist. Man muss ja überhaupt nicht wegstreben, um das zu erlangen. Man wird sozusagen wieder vollständig, wenn man sich auf sich selbst in seiner Gesamtheit einlässt. Und in erster Linie geht es eben darum, dass man sich auf seine Emotionen einlässt. Denn es geht ja hier um emotionale Instabilität. Um emotional stabil zu werden, braucht es dieses sich Einlassen auf die eigenen Gefühle und nicht mehr davon weglaufen. Egal in was für einer Wucht die auch kommen. Ich weiß noch, wie schwierig das anfangs war. Und wie verzweifelt ich oft war. Und weil man eben nur schwarz-weiß sieht, denkt man dann immer, das bringt alles nichts. Aber es bringt eben schon was. Und es ist halt einfach so wichtig, immer weiterzumachen, immer weiter zu üben und sich da nicht unterkriegen zu lassen. Vor ungefähr sieben Jahren war ich noch voll in dieser Störung. Und es hat jetzt sechs Jahre, fünf, sechs Jahre gedauert, um diese Störung zu überwinden. Heute kann ich jetzt sagen, dass es mir so ungefähr eineinhalb Jahre geht es mir richtig, richtig gut. Also so gut, dass ich es nicht mehr ändern möchte. Genau so möchte ich mich weiterhin fühlen. Aber es hat halt einfach diese lange Zeit gebraucht, um das zu erreichen. Und was Stabilität betrifft, arbeite ich ja noch viel länger an mir, nicht nur sieben Jahre. Ich mache ja schon bestimmt zehn Jahre Yoga. Ich habe davor sechs Jahre Kampfsport gemacht. Also ich habe eh schon immer was für meine Stabilität und meine Erdung gemacht. Und trotzdem hat es so lange gedauert. Aber es war halt dann immer nur ein Teil, was ich gemacht habe. Es ist ja immer diese Gesamtheit. Körper, Geist, Seele, Gedanken. Also auch die Gedanken sind eben ganz wichtig. Die habe ich eben früher überhaupt nicht beachtet. Früher habe ich viel körperliches Training gemacht, hatte allerdings diese Essstörung. Also mein Körper hat da auch nicht viel abgekriegt. Aber wenn ich jetzt dieses Yoga nicht gemacht hätte, wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Das sind eben alles wichtige Elemente. Und ganz wichtig ist es eben, dass es Zeit und Geduld braucht und permanente Übung. Also nimm dir ein Thema. Ich habe zum Beispiel 2012 habe ich mir das Thema Beziehung vorgeknöpft. Ich habe damals, weil ich eben damals meinen Partner kennengelernt habe und weil ich eben wusste, dass ich das nicht mehr so haben will wie früher, ganz konkret daran gearbeitet. Es ändert sich nichts, wenn man es nicht selber ändert. Und beziehungstechnisch hat mir zum Beispiel das Buch von der Eva-Maria Zurhorst geholfen. Ich glaube, das heißt, es ist egal, wen du heiratest, wenn du dich selbst liebst, so in der Art. Das hat mir da wirklich sehr geholfen, beziehungstechnisch an mir zu arbeiten. Dann habe ich mir Kommunikation vorgeknöpft. Ich habe nicht gewaltfrei kommunizieren können, überhaupt nicht. Ich habe mir mit meiner Kommunikation oft Ärger eingeprockt. Und dann habe ich mir das vorgeknöpft. Das hat mir eine Therapeutin damals in der Klinik empfohlen. Habe ich mir Bücher und Hörbücher, Praxisbücher bezüglich gewaltfreier Kommunikation besorgt. Es gibt ja auch sogar Volkshochschulen, die das anbieten, das Thema. Dann habe ich mir Selbstliebe vorgeknöpft. Dann habe ich so ein Online-Selbstliebetraining mal mitgemacht. Und dann bin ich halt voll in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene reingekommen. Dann habe ich mir Podcasts darüber angehört. Dann habe ich mehrere Online-Trainings mitgemacht über persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Dann habe ich selber die Ausbildung zum Personal Coach zur psychologischen Beraterin gemacht. Da habe ich mich auch wieder selber weiterentwickelt und wahnsinnig viel gelernt. Und so bin ich da vorgegangen. Und so habe ich einfach immer weitergemacht, an mir zu arbeiten. Und meditieren, richtig fest meditieren, tue ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber das habe ich ja zum Beispiel auch früher schon mal. Vor 15 Jahren habe ich schon mal mit Meditation angefangen. Aber damals habe ich halt nur meditiert wieder und diesen Sport gemacht und an meinen Gedanken halt überhaupt nicht gearbeitet. Also man muss immer alles mit einbeziehen. Und das braucht einfach seine Zeit. Und für alles ist es auch die richtige Zeit. Damals war ich einfach noch nicht so weit. Da habe ich noch diese Krisen gebraucht. Und dafür kann ich heute umso mehr erblühen. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Abschluss für diese Folge. Aber jetzt möchte ich doch noch mal zurückgehen zu diesem Bild der Störung. Jetzt ist mir nämlich während des Sprechens eingefallen, dass diese ganze Beschreibung, die ich vorher gemacht habe, über den spirituellen Hintergrund der Borderline-Störung, die passt eigentlich auch sehr gut in dieses Leben. Also am Anfang von dieser Folge habe ich ja gesagt, dass es ist wie ein Fehler im System, wenn man eine Störung hat. Und mit ein Grund, weshalb man diese Störung nicht überwinden kann, ist meiner Meinung nach eben auch, dass man überhaupt nicht in dieses System passen möchte und dass man dagegen rebellieren möchte, dass man da überhaupt nicht dazugehören möchte. Und bei mir war das halt ganz extrem. Ich habe mich total gewehrt und ich habe dieses System, wie es hier auf dieser Erde oder vor allem in Deutschland eben herrscht, total abgelehnt. Ich habe das gehasst, mich da rein zu quetschen. Ich hatte ja diesen von der Früh um 8 bis 17 Uhr Job. Also ich habe das gehasst, von dem Wecker aufgeweckt zu werden. Ich habe das ganze Leben, wie das damals ablief, gehasst. Ich habe mich innerlich immer dagegen gewehrt und ich habe mich da eingesperrt gefühlt in diesem System. Ich habe sozusagen dem System die Schuld gegeben, dass es mir so schlecht geht und ich wollte da überhaupt nicht dazugehören. Ich habe da innerlich total rebelliert dagegen. Und ich glaube, wenn man dann die Diagnose der Störung bekommen hat, dann ist das so wie so eine Art Freifahrtschein der Rebellion. Also so ging das mir damals. Als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich mich sogar so ein bisschen als etwas Besonderes gefühlt und war dann so auf dem Standpunkt, ich darf ja sogar böse sein, weil ich kann ja überhaupt nicht anders. Also ich darf mich aufführen, wie ich möchte, denn ich habe ja diese Störung. Ich kann ja überhaupt nichts dagegen tun. Also das war nicht unbedingt bewusst, sondern das war mehr oder weniger unterbewusst. Aber dieses Muster, dass man einen Vorteil von der Störung hat, nämlich man muss überhaupt nicht sich anpassen. Man kann sich ausleben, wie man möchte. Das kann eben mit einem Grund sein, dass man nicht von dieser Störung wegkommt, sondern dass man unbewusst an dieser Störung festhält. Also vielleicht kennst du das auch, dass du dieses System hast und dich da gefangen fühlst und vielleicht sogar dagegen rebellierst. Aber jetzt kann ich eben sagen, seit ich offensichtlich nicht mehr dagegen rebelliere, sondern mich da so abgefunden habe damit, fühle ich mich freier denn je. Denn damals habe ich geglaubt, ich rebelliere gegen das System, aber eigentlich habe ich gegen mich selber rebelliert. Und heute habe ich mich vollständig angenommen und rebelliere eigentlich mit dem, was ich tue, viel mehr gegen das System. Aber ich fühle mich vollständig. Es herrscht nicht mehr so dieser innere Kampf. Und heute ist mir eben klar geworden, dass ich damals die ganze Zeit gegen mich selber rebelliert habe, indem ich mich immer so dagegen gewehrt habe, mich nicht angenommen habe. Ich dachte damals irgendwie, ich bin gegen das System und nehme das nicht an. Aber ich habe mich selbst nicht angenommen. Und jetzt, wo ich diese Störung überwunden habe, kann ich eben sagen, jetzt fühle ich mich freier denn je in meinem Leben. Ich glaube, es braucht auch diese Annahme des Systems. Es braucht ja ein System auf der Welt, sonst würde das Leben ja überhaupt nicht funktionieren. Es braucht Regeln. Es braucht Vorschriften. Man muss nicht alles befürworten, was da abgeht. Aber heute bin ich in der Situation, ich fühle mich als Mensch dieser Erde. Und vor allem gebe ich dem System nicht mehr die Schuld an meinem Zustand, sondern ich habe komplett vor ein paar Jahren angefangen, die Verantwortung für mich und meinen Zustand selber zu übernehmen. Das ist der aller, aller wichtigste Schritt überhaupt. Was dieses Schwarz-Weiß-Szenen betrifft, da habe ich immer noch die Tendenz dazu. Aber das weiß ich. Ich weiß dann einfach von meinem Verstand her, wenn ich wieder irgendwas total schwarz sehe, dass das nicht unbedingt die Realität ist. Und dann gelingt mir das ganz gut, mich davon nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Also das ist auch eine Trainingssache. Vielleicht werde ich das immer haben. Vielleicht werde ich immer Schwarz-Weiß sehen. Aber ich lasse mich halt heute davon nicht mehr beeinflussen, sondern ich gehe dann weiter meinen Weg. Der Weg ist das Ziel. Das ist zwar ein Zitat, das wahrscheinlich jeder kennt, aber das ist eins meiner absoluten Lieblingszitate. Denn ganz fertig werden wir wahrscheinlich nie. Außer wir sind halt dann irgendwann erleuchtet. Und wer weiß, wann das geschieht. Aber das Leben wird leichter und macht viel mehr Spaß, wenn man diesen Weg bewusst und selbstverantwortlich geht. Für heute habe ich genug geredet, würde ich sagen. Aber das Thema Borderline wird auf jeden Fall noch häufiger Thema in meinem Podcast werden, weil mich diese Störung einfach über so viele Jahre meines Lebens begleitet hat und weil ich weiß, wie verzweifelt es einen machen kann. Doch hier kann ich dir eben auch ganz klar die Hoffnung geben, dass es in deiner Hand liegt, diese Störung in dir zu heilen. Wenn dir diese Folge gedient hat, dann freue ich mich, wenn du sie weiter empfiehlst. Wenn du diesen Podcast gut findest und ihn schon länger hörst, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes geben würdest. So, ich schicke dir jetzt noch eine riesengroße Umarmung und wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg. Ach so, fast hätte ich es vergessen. Im August wird es keine Podcast-Folgen geben. Ich mache jetzt ein paar Wochen Pause. Ja, einfach eine kreative Pause, um mich ein bisschen zu finden und mit neuen Ideen in den Herbst zu starten. Weiter geht es dann sozusagen wieder im September. Also, alles, alles Liebe für dich und vielleicht bis bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.